Der beste Weg, seinen Kindern beizubringen, was Steuern sind, ist, ihnen 30% von ihrem Eis wegzuessen. Es geht nicht nur darum, mit demjenigen Liebe zu machen, mit dem man zusammen ist, es geht nur darum, denjenigen zu lieben, mit dem man zusammen ist. Ich denke, eine Romanze beginnt grundsätzlich mit Respekt und eine neue Romanze beginnt immer mit Respekt. Keiner will wirklich zugeben, dass er alleine ist. Zwischen Freunden und Familie wird darüber nicht oft gesprochen, aber ich habe mich in meinem Leben häufig einsam gefühlt. Je entspannter du bist, desto besser wirst du mit allem. Je besser du mit deinen Geliebten umgehst, desto besser wirst du mit deinen Feinden. Je besser du in deinem Job bist, desto besser kommst du mit dir selbst klar. Ich sage immer gerne zu Leuten, die reich und berühmt sein wollen, versucht erst einmal, reich zu sein. Mal sehen, ob das nicht das meiste davon abdeckt. Eine Melancholie kann süß sein. Sie ist nichts Böses, aber sie ist etwas, das im Leben passiert. Wie der Herbst. Denke nicht immer an deine Probleme und Fehler, sonst kommst du nie zu etwas. Ich bin misstrauisch gegenüber Menschen, die keine Hunde mögen, aber ich vertraue einem Hund, wenn er einen Menschen nicht mag. Das Leben ist so unglaublich kurz. Tu verdammt nochmal das, was dich glücklich macht.